Was geht ab, ihr geilen Säure? Willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Weiter geht's mit der nächsten Waffe und zwar... MPs. Guck mal, wir könnten die MSMC Fucker spielen. Machen wir mal die Fucker. Razermarkierer drauf und ein... Schalter einfach. Oder hat er auch lieber Vollmantelgeschoss? Ich muss ja sagen, dass ich irgendwie bei Call of Duty Black Ops 2 lieber irgendwie diese Vollmantelgeschossene nehme als der Schalldämpfer. Aber irgendwie sag ich mir wieder, oh, Schalldämpfer ist eigentlich so geil, da wirst du halt ganz ehrlich auf den Radar angezeigt. Das ist halt irgendwie... Wie schaut's eigentlich aus mit einem Perkgeist? Okay, ab Level 55, also ab Maximumlevel haben wir das erste... Welches Level haben wir eigentlich gerade momentan? 30? Oh, das dauert ja noch ein paar Jahre. Bis wir das Maximumlevel endlich mal erreicht haben. Ich will Schalldämpfer, scheiß drauf. Schalldämpfer ist immer geil. Ich mag Schalldämpfer, ich kann einfach ohne Schalldämpfer nicht spielen. In jedes Spiel brauche ich einfach einen Schalldämpfer. Ich mag das nicht. Irgendwie, wenn ich da... Die ganze Zeit auf dem Radar angezeigt werde. Allein die Waffensounds hören sich einfach den Geiler ran. Auf jeden Fall auf der Map... Wird nicht angezeigt. Keine Ahnung, schwarzer Bildschirm, FTW... Und so, habe ich gehört. Und zwar auf der Map Express war das, glaube ich. Kann das sein? Ja, Express. Express ist die Map. Auch geil, einfach mal irgendwo hinballern. Wenn ich den Kill gemacht hätte, dann wäre es geil gewesen. Aber nein, nein, warum auch? Hat der gerade wirklich zielviel gelegt, Alter? Was ist denn das für ein Bobo? Was ist der hier? Macht der Street Sixties hier am Schall? Wer hat mich da gerade... Oh, man, ey. Geh ich doch einfach mal da nach oben. Assi, wehste. Sonst würde... Wäre er da niemals... Down. Aber wenn ich auf ihn schieße, dann geht er natürlich down. Alter, was ist denn das für eine Waffe, ey? Irgendwie. Ja, okay, durch den Schalldarmfang könnte ich mir gut vorstellen, dass die einfach mal ein bisschen scheiße ist. Vom Schaden her ist natürlich auch logisch, denn das nimmt da zwei Schadenspünktchen weg. Aber trotzdem. Natürlich sind da wieder zwei, wehste. Natürlich sind da wieder zwei. Ist ja niemals... Das ist niemals so, dass da nur einer ist. Immer so zwei, schon gay party und so. Da sind jetzt wieder zwei, wieder. Mann, Mann, Mann. Aber jetzt hatte ich wie mal zwei gefickt. So, wie die da drauf stehen halt. Schön penetriert die Arschkinder hier. Ja, den auch noch. Was Arschkinder, was? Alter. Hier, das ist... Kann es sein, dass die irgendwie in ein Team sind? Irgendwie in einer... Im Teamspeak und keine Ahnung. Und weiß ich schon. Ist so überhaupt und keine Ahnung. Was für eine Scheißelaber? Einfach alles durcheinander irgendwie. Keine Ahnung. Ah, ich hab den Kill genau gemacht. Ich hab noch den Kill gemacht. Darauf freue ich mich sehr. Auf die Beine! Auf die Beine! Abschuss verwehrt! Das verbündete Throne nähert sich. Was ist denn da los, Alter? Jetzt laufen sie nicht mehr zu zweit rum. Jetzt laufen sie sogar zu dritt rum! Mann, Alter. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Abzeugen jetzt gemacht. Einfach mal irgendwo durchgepratzt. Einfach irgendwo durchgepratzt. Wo muss das sein? Boah, wenn ich den Kill noch gemacht hätte, das wäre nice. Aber nee, wird mir ja leider wieder vergönnt. Das wird mir leider wieder mal vergönnt. Das wäre sehr nice. Okay, von da kommt einer. Ein Abschuss verwehrt! Okay, der ist tot. Sehr schön. Hier oben müsste auch einer sein. Da vorn. Ich hoffe mal, der kommt doch nicht da hoch. War klar. Ich hasse diese Deckung, wie die Pest. Ich hasse so eine Treppendeckung, wo du einfach nur den Kopf siehst. Die ganze Zeit. Das ist so hammerlästig, Alter. Besonders dann auch noch, wenn du so eine MP hast, willst du? Da machst du halt meistens überhaupt nichts. Da machst du halt meistens überhaupt nichts. Zu einem Muschi. Abschuss bestätigt. Er ist erledigt. Was denn der erwartet da? War klar. Warum gucke ich auf? Warum gucke ich auf? Ich wusste genau, dass da wieder einer als Ressort warten muss. Diese kleine... Mein Aim, Alter. Das ist überhaupt nicht mehr geil. Mein Aim ist gerade zu abfuck. Alter, das kannst du total in der Tonne treten, mein Aim. Das kannst du echt nicht gebrauchen. Euer geschützt. Oh ja, nice. Nice, sehr nice. Ein schönes Geschütz ist doch geil. Oh, was für ein geiler Motherfucker ich bin. Na? Das ist so ein bisschen scheiße, wenn der von unten kommt. Weißt du was? Ich stürme jetzt einfach vor. Aber hier ist kein Schwanz. Ist natürlich auch verdammt fett. Ich dachte, da kommt die ganze Zeit einer nach oben irgendwie. Na, da machst du halt nichts. Da sind drei Gegner. Da killst du halt ein und zwei und dann ist die Munition halt leer. Ich hatte auch nicht so wirklich Zeit irgendwie nachzuladen. Ist halt nicht so der Megashit. Nee. Okay. Monty. Am Start hier. Cool. Cool. Na? Wo sind sie? Da oben? Von da vorn? Nee. Und wo kommen die? Ach, da kommt einer. Da ist einer. Nee, haben irgendwie keinen Bock. Na? Willst du vorstürmen? Der war im Ghost. Kann das sein? Oder habe ich den wirklich gerade nicht so wirklich auf der offenen Radar irgendwie realisiert? Was ist denn das für ein geiler Motherfucker? Da hingehe ich aber nicht mit so einer SMG und der hat einen Sniper. Nö, lass mal stecken. Das lass mal stecken. Darauf habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich viel Nerv. Guck mal, da ist ein Sniper. Wetten. Wuhu. Scheiße. Okay, okay. Cool, cool. Da hat er... Da wollte ich spielen. Hat eh nichts gebracht. Mann, ey. Ich hasse es. Wenn einfach bei mir reden, sag ich mal, auf einmal die Nase so zu wird und du kriegst irgendwie keine Luft gleich. Das geht irgendwie ein bisschen hart auf die Nüsse. Oh, mein Sniperboy ist hart am Start. Oh, danke, Kollege. Du hast mir hart den Arsch gerettet. Aber mal hart. Ohne Witz. Du hast mir ja echt den hart, hart Arsch gerettet. Hart Arsch gerettet. Genau. Ich war schon mal den Hart Arsch gerettet. Der hat aber mal richtig geil seine Ecken gescheckt. Ey, guckt erst nach links, wenn wir schon hart auf ihn ballern. Geht's, der Typ. Heieiei. Abschuss bestätigt. Hab ich den noch bekommen da eigentlich, oder wie schaut's aus? Scheinbar ja nicht, ne? Blitzschlag erwartet Koordinator. Hat mal einen Blitzschlag. Hercules 1a. Sehr cool. Oh, da hab ich ein paar Kills gemacht, würd ich mal so sagen. Also wir ficken hier langsam in den Arsch. Arsch. Geil select, by the way. Yeah, Rambo. Tarnhelik. Cool. Juhu, der Tarnhelik. Tarnhelikopter unterwegs. Ist doch schon tot. Schild dein Leben, Junge. Abschuss bestätigt. Klappel dich wieder auf. Die Missionszeit ist fast. Ich hab hier noch einen Lodestar. Komm, 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 Lodestar. Oh yeah. Ja. Ja. Äh. Ja. Ja. Rakete abgefeuert. Ja, du dreckst mir halt nach Hurensohn. Ja, du dreckst mir halt nach Hurensohn. Äh. Mussi. Bring mir mal zu essen, Eherbonga. Kaltfeuer, Ampelfeuer. Wie man sieht, spielen nur noch so eine Leute irgendwie zu dir. Ja, du dreckst mir halt nach Hurensohn. Oh, die kann ich ja... Wo ist da noch Sao? Ich bin da... Ich bin breit. 35, 13. Komm, komm, Laba, Laba, bitte. Wer ist das? 1,2 er kommt und hätte ich mich groß, weil das nicht mehr leiden kann. Alter, jetzt hat der Mikro. Der arbeitet so leise. Jetzt kommt der Rotz. Ein Doktor. Ja, Mann, ich bin schlecht. Wo ist dein Nuklear? Mann, ich bin schlecht. Wo ist dein Nuklear? Das sind die Oberbrows, die da arbeiten. Ja, Mann, ich bin schlecht. Wo ist dein Nuklear? Erstmal prallen. Digga. Ich habe schon Nuklear gemacht. Wo ist deine? Ich bin besser. Mann, ey. COD, ey. Nur Idioten irgendwie unterwegs. Ey, ne. Meistens halt nur Idioten unterwegs. Der Typ da... Oh, ne. Mann, ich bin schlecht. Wo ist dein Nuklear, Digga? Egal, auf jeden Fall. Ich habe hier erstmal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns sobald im nächsten Part von Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Haut rein, ihr Ficker! Es разбurte dir meinen Nuklear. Fuer. Das Stan simply ist Moving Eben, ist ein Block durch,운� fossil. einen Nuklear. Das verögt bomb Limanov. Vielen Dank.